Im heutigen Video beschäftigen wir uns einmal mit den vermögenswirksamen Leistungen oder anders ausgedrückt geschenktes Geld vom Arbeitgeber. Wir schauen uns in diesem Video an, wie man diese vermögenswirksamen Leistungen in ETFs investieren kann. Viel Spaß beim Video. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzus und im heutigen Video beschäftigen wir uns mal mit vermögenswirksamen Leistungen. Bei den vermögenswirksamen Leistungen handelt es sich um einen freiwilligen Beitrag des Arbeitgebers, den er an die Arbeitnehmer zur Vermögensbildung ausschütten kann. Dadurch, dass es freiwillig ist, variiert es zwischen 0 Euro und bis zu 40 Euro pro Monat. Wenn nicht die vollen 40 Euro bekommt, kann selbst aufstocken. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel 10 Euro bekommt, könnt ihr freiwillig noch einmal 30 Euro dazu tun. Anders als bei der betrieblichen Altersvorsorge, wo euer Arbeitgeber euch vorgeben kann, welcher Durchführungsweg gewählt wird, ist es bei den vermögenswirksamen Leistungen so, dass ihr selbst entscheiden könnt, wie diese angelegt werden. Und hierbei gibt es vier Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist der Banksparplan. Ziemlich wenige Banken bieten dieses Produkt überhaupt noch an. Das ist wie eine Art Sparbuch, wo dann eure vermögenswirksamen Leistungen drauflaufen und im besten Fall verzinst werden. Die zweite Variante ist der Bausparvertrag, die in Deutschland ziemlich beliebte Variante. Hierbei schließt ihr einen kleinen Bausparvertrag ab, spart dort eure vermögenswirksamen Leistungen über sieben Jahre ein und bekommt dann am Ende entweder das Guthaben ausbezahlt oder könnt das Bauspardarlehen nutzen. Dieses Darlehen könnt ihr aber nur für wohnwirtschaftliche Zwecke benutzen. Wenn ihr bereits eine Immobilie besitzt und hier einen Immobilienkredit darauf habt, dann könnt ihr auch die vermögenswirksamen Leistungen nutzen, um diesen Immobilienkredit zu tilgen. Und die vierte und letzte Durchführungsart ist das Investieren in Aktienfonds bzw. Aktien-ETFs. Und genau mit dieser letzten Variante werden wir uns jetzt gleich beschäftigen, denn das Angebot ist ziemlich dünn auf dem Markt. Ihr könnt hier nicht einfach irgendwo ein Depot eröffnen und das dann bei eurem Arbeitgeber hinterlegen, dass er hier die vermögenswirksamen Leistungen überweist, sondern der entsprechende Finanzanbieter muss ein spezielles vermögenswirksame Leistungen Depot anbieten. Bevor wir uns aber mal anschauen, welche Möglichkeiten es gibt, sprechen wir noch kurz darüber, wie ihr denn herausfinden könnt, ob ihr Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen habt. Das Einfachste ist, wenn ihr einfach eure Personalabteilung kontaktiert und fragt, ob es hier einen Anspruch gibt. Wenn ihr im öffentlichen Dienst beschäftigt seid, gibt es vermögenswirksame Leistungen von 6,65 Euro pro Monat. Und wenn ihr tarifvertraglich beschäftigt seid, gibt es hier, je nach Tarifvertrag natürlich, auch wieder vermögenswirksame Leistungen. In der Metallindustrie sind das beispielsweise jetzt 26,59 Euro pro Monat. Und bei vielen Banken, wenn ihr beispielsweise angestellt bei der Sparkasse seid, dort gibt es dann die vollen 40 Euro vermögenswirksame Leistungen. Wie gesagt, hier besprechen wir nur den Zuschuss, den der Arbeitgeber gibt. Ihr könnt dann selbst natürlich nochmal auf die vollen 40 Euro aufstocken. Das wird euch dann direkt von eurem Gehalt abgezogen. Jetzt stellt sich die Frage, warum man denn freiwillig aufstocken sollte. Man könnte das Geld ja auch einfach nehmen und einfach so in ETFs investieren. Besonders attraktiv ist es für euch, selbst aufzustocken, wenn ihr förderberechtigt seid. Denn auf die vermögenswirksamen Leistungen gibt es staatliche Förderungen bis zu einem gewissen Maximalgehalt. Diese Förderung heißt Arbeitnehmer-Sparzulage. Und wie hoch diese ist, hängt davon ab, welchen der vier Durchführungswege ihr gewählt habt. Bei einem Banksparplan bekommt ihr gar keine Förderung. Beim Bausparvertrag bekommt ihr bis zu 9% Förderung pro Jahr auf die eingezahlten Beträge. Dasselbe gilt beim Immobilienkredit und beim Investieren in Aktienfonds bzw. Aktien-ETF. Gibt es 20% Förderung auf die eingezahlten Beträge, aber maximal 80 Euro pro Jahr. Um diese Förderung zu bekommen, müsst ihr mit eurem zuversteuernden Einkommen unter den hier angezeigten Grenzen liegen. Diese Maximalgrenzen sind zugegebenermaßen etwas niedrig. Deswegen haben verhältnismäßig wenige Menschen Anspruch auf diese Arbeitnehmer-Sparzulage. Allerdings gerade wenn ihr Auszubildende seid, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich darunter liegen und dann lohnt sich das Ganze schon. Bei Verheirateten liegen die Maximalgrenzen natürlich wie immer doppelt so hoch. Schauen wir uns jetzt einmal an, welche Möglichkeiten es gibt, die vermögenswirksame Leistungen in ETFs zu investieren. Zunächst einmal müsst ihr euch einen Anbieter finden, der euch überhaupt die Möglichkeit bietet, ein vermögenswirksame Leistungendepot anzulegen. Da gibt es am Markt gar nicht zu viele. Wir haben einmal drei Stück herausgesucht. Das ist einmal Finvesto, einmal die Comdirect und einmal der RoboAdvisor Oskar. Finvesto und Comdirect sind nahezu dasselbe Angebot. Es läuft nämlich beides über Ebays. Wenn ihr also selbst schon ein Comdirect-Depot habt, dann könnt ihr einfach zusätzlich ein VL-Depot eröffnen. Wenn ihr das noch nicht habt, dann könnt ihr ein Konto bei Finvesto eröffnen. Dort ist das Angebot nämlich ein Ticken günstiger. Das Depot kostet euch dort 10 Euro im Jahr. Bei der Comdirect sind es 12 Euro und Oskar erhebt in dem Sinne keine Depotführungsgebühren, aber 1% auf das angelegte Kapital, da es sich hier um ein RoboAdvisor handelt. Die Kaufgebühren legen sowohl bei Finvesto als auch bei der Comdirect bei 0,2% des investierten Kapitals. Bei Oskar gibt es keine speziellen Gebühren für den Kauf. Da Oskar ein RoboAdvisor ist, könnt ihr hier nicht in spezielle ETFs investieren, sondern er investiert es dann automatisch in einen Korb an verschiedenen ETFs, die sich nach eurem Anlageprofil richten. Bei Finvesto und Comdirect könnt ihr die Arbeitnehmer-Sparzulage nutzen, das geht bei Oskar leider nicht. Wenn ihr aber sowieso über den genannten Grenzwerten liegt, also über den 20.000 Euro zu versteuerndem Einkommen, dann spielt das auch keine Rolle, denn dann habt ihr ja sowieso keinen Anspruch auf diese Förderung. Wenn ihr euch für einen der Anbieter entschieden habt, die wir euch übrigens alle drei unten in der Videobeschreibung verlinkt haben, dann könnt ihr dort ein Depot eröffnen und bekommt dann ein spezielles Schreiben, welches ihr eurem Arbeitgeber überreicht. Und der überweist dann eure Vermögenswirksame Leistung direkt in dieses Depot. Jetzt müsst ihr euch nur noch entscheiden, welche ETFs ihr denn regelmäßig besparen möchtet. Und hierzu könnt ihr einfach unsere ETF-Suche benutzen, denn dort haben wir hinterlegt, welche ETFs VL-fähig sind. Schauen wir uns das Ganze mal im Screen-Tutorial an. Wir befinden uns jetzt hier auf unserer ETF-Suche, die ihr ganz normal hier oben über den Menüpunkt findet. Und wenn ihr dann hier auf die Filter geht, nämlich Sparplan-ETFs, dann seht ihr, dass es hier einen kleinen Toggle gibt, nämlich VL-fähig, also Vermögenswirksam-Leistungsfähig. Und dann bekommt ihr auch die beiden Broker angezeigt, die die VL-Sparpläne anbieten, nämlich hier die Comdirect und einmal Finvesto. Wenn ihr euch bereits für einen der beiden entschieden habt, dann könnt ihr den jeweils anderen wieder ausblenden. Wenn ihr aber noch nicht genau wisst, wo ihr euer VL-Depot eröffnen möchtet, dann könnt ihr auch beide eingeblendet lassen. Im nächsten Schritt könnt ihr dann ganz normal mit eurer ETF-Suche weitermachen, wie wir das ja bereits in verschiedenen Videos gezeigt haben. Ihr könnt dann zum Beispiel hier in Asset-Klasse gehen und zunächst einmal Aktien auswählen und bekommt dann alle Aktien-ETFs angezeigt. Dann könnt ihr euch zum Beispiel die Regionen auswählen, beispielsweise hier in die Region Welt. Dann bekommt ihr auch hier schon alle ETFs angezeigt, die sparplanfähig bei dem einen oder dem anderen Broker sind. So beispielsweise hier der iShares Core MSCI World. Wenn ihr dann hier draufklickt und bis ganz nach unten scrollt oder hier über den Menüpunkt Sparplan geht, dann bekommt ihr hier auch nochmal angezeigt, wo dieser ETF-Sparplan fähig ist und bekommt dann auch hier nochmal die Gebühren gezeigt. Also bei Finvesto kostet euch das Depot 10 Euro im Jahr, bei der Comdirect 12 Euro pro Jahr und wenn ihr dann hier auf den Link klickt, kommt ihr auch direkt zum Angebot. Ihr bekommt hier ebenfalls die Ausführungsgebühren ausgerechnet, allerdings beziehen die sich noch auf die 100 Euro Sparbetrag. Wenn ihr zum Beispiel wisst, dass ihr 25 Euro vermögenswirksame Leistung Zulage bekommt, dann könnt ihr hier die 25 Euro eingeben und bekommt hier unten dann angezeigt, dass euch das Ganze pro Ausführung 5 Cent Gebühren kostet. Mit einem Klick auf Zurück kommt ihr dann auch wieder in die Suche und könnt euch hier nochmal bei den verschiedenen ETFs umschauen. So einfach ist das Ganze, ein Link zur Suche mit den vorausgewählten Filter für vermögenswirksamen Leistungen findest du unten in der Videobeschreibung und jetzt müssen wir noch klären, lohnt sich denn das Ganze? Euch ist vielleicht aufgefallen, dass die Konditionen bei den vermögenswirksamen Leistungendepots etwas weniger attraktiv sind als die Depots oder Broker, die wir uns üblicherweise anschauen. So gibt es zum Beispiel heutzutage kaum mehr Depotführungsgebühren, bei dem VL-Angebot ist das allerdings noch so. Deswegen die große Frage, lohnt sich das Ganze denn überhaupt? Die Frage könnt ihr mit Ja beantworten, wenn ihr von eurem Arbeitgeber einen Zuschuss bekommt, also beispielsweise 20 Euro oder 25 Euro oder auch nur die 6,65 Euro, die ihr im öffentlichen Dienst bekommt. Das ist sowieso geschenktes Geld, auf das ihr verzichten würdet, wenn ihr die vermögenswirksamen Leistungen nicht benutzt, deswegen würde ich das auf jeden Fall tun. Und dann lohnt es sich natürlich nochmal mehr, wenn ihr Anspruch auf die Arbeitnehmer-Sparzulage habt. Die ist zwar insgesamt nicht sonderlich hoch, allerdings wenn ihr Azubis seid und sowieso ein niedriges Gehalt habt, dann lohnt sich das schon nochmal, 80 Euro on top zu bekommen. Wenn euer Arbeitgeber euch keinen Zuschuss gibt und ihr auch keinen Anspruch auf die Arbeitnehmer-Sparzulage habt, dann macht es vermutlich mehr Sinn, sich das Geld auszahlen zu lassen und die 40 Euro in einen ganz normalen ETF-Sparplan auf euer Depot zu packen. Das war soweit auch schon unser Video zu den vermögenswirksamen Leistungen. Fragt bei eurem Arbeitgeber auf jeden Fall mal nach, ob ihr Anspruch auf diese vermögenswirksamen Leistungen habt, denn wenn ja, solltet ihr das Geld auf jeden Fall nehmen, denn es ist ja quasi zusätzlich. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da und wenn du das erste Mal auf unserem Kanal bist, würde ich mich freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig neue Videos und Tutorials zu den Themen Geldanlage, Anlagestrategie und Finanzprodukte, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.